Moin! Geschichte, die das Leben schreibt, Teil 5, 1970, veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Brief, den ein Versicherungsnehmer schrieb. Den lese ich euch unbedingt mal vor. Sehr geehrte Versicherung, nachdem ich nun im Krankenhaus bin und wieder schreiben kann, muss ich Sie, verehrte Versicherung, bitten, meinen Unfallschaden wie folgt aufzunehmen. Ich hatte vom Bau meines kleinen Häuschens noch Backsteine übrig und diese wegen der Trockenheit auf dem Speicher gelagert. Jetzt wollte ich aber ein Hühnerhäuschen bauen und die dort zu oben gelagerten Steine verwenden. Dazu erdachte ich mir folgende Maschinerie. Der Speicher hatte an der Hauswand eine Tür, woraus ich einen Balken verankerte und daran ein Bällchen mit einer Rolle, wodurch ich ein Seil laufen ließ. An dem Seil hatte ich eine Holzkiste befestigt, die ich dann hinaufzog. Das Seil hatte ich dann unten an dem Pflock festgebunden. Jetzt wollte ich die Steine in der Kiste an dem Seil langsam herunterlassen. Ich band das Seil los, hatte aber dabei nicht daran gedacht, dass die Steine in der Kiste schwerer waren wie meine Person. Als ich bemerkte, dass die Steine so schwer waren, hielt ich das Seil ganz fest, damit die Steine nicht herunterstürzten und kaputt gingen, denn die brauchte ich ja für mein Hühnerhaus. So ist es dann geschehen, dass mich die Steine an dem Seil nach oben zogen, wobei mir die Kiste die linke Schulter aufgerissen hat, als wir uns in der Mitte begegneten. Ansonsten bin ich gut an der Kiste vorbeigekommen, habe aber oben mir den Kopf angestoßen, und zwar erst an dem Bällchen und dann an den Balken. Trotzdem hatte ich aber das Seil festgehalten, damit ich nicht hinunterfalle. In diesem Augenblick ist aber die Kiste mit den Steinen unten auf dem Boden angelangt. Durch den heftigen Aufprall ist der Boden der Kiste herausgefallen und so konnte es geschehen, dass die Kiste wieder leichter wurde wie ich. Die Folge davon war, dass ich als der schwerere Teil wieder nach unten sauste und die Umrandung der Kiste nach oben, wobei wir uns in der Mitte wieder begegneten. Dabei schrammte mir die Kiste oder der Rest davon die rechte Schulter. Als die Kiste oben war, fiel ich unten so unglücklich auf den Boden, dass ich mir das rechte Bein gebrochen habe und sofort in Ohnmacht fiel. Nur dadurch konnte es geschehen, dass ich das Seil losließ, das wiederum bewirkte, dass die Kiste allerdings ohne Boden wie eine Birne von oben auf mich herabfiel und mich so unglücklich traf, dass ich demnächst oben und unten ein Gebiss angepasst bekomme. Dass der Schaden nicht noch größer geworden ist, verdanke ich Ihrem Versicherungsagenten, bei dem ich eine Unfallversicherung unterschreiben musste und zu der ich nach Wiederherstellung meiner Gesundheit und meiner Zähne die Rechnung einreichen werde. Wenn Sie diese dann beglichen haben, werde ich Sie in unserem Dorf weiterempfehlen. Hochachtungsvoll, Ihr Versicherungsnehmer. Ja, diese Geschichte warnt uns, dass man vor einem Projekt genau planen sollte, auch mit Beratung von Fachleuten, was man tun will. Ich kenne zum Beispiel viele Paare, die haben am Anfang zwar auf ihr Gefühl gehört, aber nicht miteinander über Werte geredet. Da kann es schon mal passieren, dass eine Ehe auseinander geht, weil man sich erst hinterher unterhält, ob man Kinder haben will oder nicht. Und so ist es allgemein. Jesus sagt, hört auf meine Worte, denn es werden Krisen und Stürme an eurem Leben rütteln. Aber wenn ihr auf meine Worte hin euer Haus gebaut habt, wird es auf Felsen stehen und alle Stürme überstehen. Auf die Anfangsentscheidung kommt es an, denn hinterher müssen wir alles, ob es uns rauf oder runter reißt, nach dieser Anfangsentscheidung sonst leben in vielen Fällen. Zum Glück gibt es Jesus, der uns gesagt hat, bei mir könnt ihr zur Ruhe kommen, Vergebung finden, Neustart und so weiter. Ich wünsche uns allen, dass wir erstens einatmen, dann ausatmen, erstens denken, dann handeln, erst mal die Bibel lesen und beten und so weiter. Übrigens, im Neuen Testament ist der Kern der christlichen Ehe, dass man jeden Tag miteinander betet. In der westlichen Welt wird jede zweite bis dritte Ehe geschieden, außer wenn die Paare miteinander beten. Dann nur jede tausendinhundertste Ehe haben zwei große Untersuchungen festgestellt. Gott segne uns mit einem besinnlichen Start.